Wir sehen hier, wie es hier geht. Wie hoch die Pohäne sind, die auch die Börse sind. Hier ist ein ganzes Börse. In diesem Fall ist es auch ein ganzes Rad. Hier sehen wir, hier sehen wir, hier sehen wir. Nächste Rett, kleine Scheidegg. Bitte alle aussteigen. Ihre Anschlusszüge nach Lauterbrunnen verkehren auf Sektor A. Wir danken für Ihren Besuch auf den Jochen Top of Europe und wünschen eine gute Heimreise. Wir sind hier von der Tren. Hier sehen wir, hier sehen wir, sehr viel Wurf. Hier sehen wir, hier sehen wir auch. Hier sehen wir, wo die Tren ist. Hier sehen wir, wie es hier ist. Hier sehen wir, wo die Tren war. Hier sehen wir, wo die Tren haben. Wenn wir das nur ein Tren verringen haben, dann sind wir die Tren geöffnet. Dann werden wir noch ein Video machen. Hier sehen wir, wo die Tren gehen. Wir sind hier so. Wir sind hier so. Wir sind hier so. Wir sind hier so. Und wir sehen uns. Wir zeigen uns die ganzen Karten. Aber wir sind hier so. Wir sehen uns. Es ist sehr günstig hier. 10,000 € pro Hecht. Aber wir müssen hier kommen. Leif in Europa. 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 ich habe hier in die Seite gezeigt. Ich habe auch keine Land gezeigt. Es ist so viel gart. Es ist alles gut. So ist es auch ein Kunder. Hier wird die Temperature in minus. Hier wird ein Bild. Hier kommt 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 ein Bild. Ich habe mir die nächsten Video gesehen. Ich habe mir die nächsten Video gesehen. Es ist sehr schön. Vielen Dank für die Videos. Ich werde die nächsten Video sehen. Ich werde die nächsten Video sehen. Na ja, da.